Hakuna Matanabuchanchos, herzlichen Mahalo und würde schön, dass wir am Start seid zu Rainbow Six Feature, rankt in der neuen Season Heavy Metal, die nützt jetzt euch poliert, Halles, Halles, Halles Willkommen an Nugi und Mabossa, hello, moin, richtig, wuffi, wuffi, herzlich willkommen in der neuen Season von Rainbow Six Feature, Shotgun Meter Aktiviert. Ja, viel Spaß mit der Shotgun Meter diese Season, Abfahrt. Auf was freut ihr euch? Worauf habt ihr gar keinen Bock? So, Muchachos, was ist neu? Was ist neu? Ram ist neu, Marvin zockt den schon, könnt ihr gleich sehen, was der kann. Grim hat eine Änderung, dass die Kanister jetzt auch abprallen können, werde ich auch gleich zeigen. Lesions, Lesion Traps sind jetzt nicht mehr elektronisch, sondern mechanisch, was bedeutet, sie werden nicht mehr unsichtbar, allerdings hat man dafür jetzt auch wieder mehr davon und sie laden sich schneller auf. Außerdem gibt es einen neuen Spielmodus, einen Arcade-Modus, nämlich sowas ähnliches wie Gun Game, nur dass man nicht nach jedem Kill eine andere Waffe bekommt, sondern dass nach einer bestimmten Zeit immer alle gleichzeitig neue Waffen bekommen. Ja, ganz kurz, wo sind die? Unten, die sind unten. Perfekt, perfekt für mich, dann kann ich Ram ein bisschen besser ausprobieren. Und diesen läuft irgendwo mittel rum. Also, das Geile ist bei Ram, man kann ihn wirklich nutzen, um schnell irgendwelche Barrikaden aufzureißen, weil man wirft sein Gadget einfach nur durch ein Fenster, durch eine Tür und das Ding ist im Arsch. Alles im Arsch. Bei mir könnt ihr sehen, Muchachos, unten rechts, wo meine Bienen sind, ich kann hier switchen zwischen Sticky-Mode und Abprall-Mode mit B einfach. Mhm. Dadurch sind aber weiter ein bisschen, einfach ein paar neue Möglichkeiten für die... Ich schmeiß mal jetzt, 3, 2, 1. Oh, hier ist einer. Was heißt hier? Vision ist tot, David Hasselhoff ist tot. Das könnte ich hier durch. David Hasselhoff. Mega, alles aufgerissen da oben. Wow, zwei Leute hier! Two guys upstairs. Near Stock. Oh fuck, ich hab ja keiner im Büdchen Scheiß dabei. Hab ich die Bale, fahr' ich aber auch geil. Könnt ihr noch mal Drohnen, hier oben? Wir hatten ne Drohne hier oben. Na warte, ich fahr' nochmal. Dankeschön. Okay. Oh, der gar nicht ist aus hier. Irgendwohin macht sich schlecht gewissen. Nein! Archiv, Archiv. Ähm, jetzt ist es Square. Pitchen, Pitchen. Er kommt jetzt rüber zum, äh, Büro. Nice. Einfach laut machen hier, laut. Auch hier wieder. Laut, Brudi! Das ist das Ding. Hier oben bei dir! Hier, bei mir! On me, on me. No, Office, Office! Nein! Warum kommt der zu mir, der Wiese-Ficker? Ich dachte, da geht die Stairs runter, ey. Hab ich... Hey! Hab ich mit Office gecalled, oder wie? Nee, eigentlich nicht. Ah, okay. Ja, ich war da auf meinem Gadget. Ich musste erst auf die Waffe wechseln. Digga, was macht Cavera denn noch da? Aber egal. WP! Aber, in der Killcam kommt Cavera in meinen Raum rein. Und diese Alarmanlagen, die da vor sind, klingeln. Ich habe nicht ein Mucks davon gehört. Das Alarmanlagen klingeln. Vielleicht, weil ich ja gerade noch dieses eine Ding da geworfen habe. Mein Ram. Vielleicht deswegen. Digga, das ist so todeslaut, ey. Aber ich feier es. Es ist wirklich mega laut, dieses... Also, wenn, Muchachos, falls ihr unterwegs sein solltet, ihr seid in der Verteidigung. Eine Ram hat gerade ihr Gadget losgeschickt. Einfach pushen. Die hört nichts mehr. Stimmt eigentlich, ne? Ja, aber... Ja, was heißt pushen, ne? Da kommt so ein Panzer und du rennst hinterher, oder was? Aber, was auch noch richtig geil ist... Nee, nee. Ich meine in der Verteidigung. Wenn du am Roamen bist und du hörst, dass Ram gerade ihr Gadget eingesetzt hat, kannst du sie einfach pushen, weil sie dich nicht mehr hört. Jo, stimmt. Ja, das stimmt. Das stimmt, ja. Du kannst sie einfach wegromen. Aber, was auch noch neu ist, die Kombi Fuse und Osa. Wollen wir das mal machen? Fuse und Osa? Osa. Fuse und Osa. Wollt ihr das machen? Will einer den Ram nehmen? Ich will keinen Ram nehmen, aber... Ich könnte Ram nehmen. Oh, sie sind nicht oben. Sind nicht oben? Nee. Ja, der nimmt so... Ah, dann will ich eigentlich gar keinen Fuse haben, muss ich sagen. Ja, dann behalte ich Ram. Dann könnte ich auf irgendeine Shotgun wechseln. Aber Ram ist auch nicht so nützlich hier, ne? Weil du kannst nirgendwo den Boden gerott machen. Aber wir können leer machen. Ich nehme Ice-Guard, die Shotgun und Twitch. Oh, yeah. Für Mira. Ich packe mal das Ding hier oben hin. Zack. Nein, meine Game ist kaputt. By the way, muchachos, Ram hat die R4C und hat dafür sogar ein zweifach Visier. Ähm. Give her a subsist. Vera läuft oben, oder? Glaubt, Digga. Wer ist da irgendwo oben? Ja, Vera läuft oben. Kleine Snitch. Digga, was machen die denn für ein Gameplay hier? Ja, Alter. Lesion hat gerade in den Kitchen, meine Damen und Herren. Er lag langsam, ne, der Ramse. Oh, guck mal, sie haben die zugemacht, die Tür. Okay. Ich traue den Braten hier nicht. Hä? Okay, ich sehe keinen Lesion, keinen Plan, wo dahin ist. Dann machen wir mal Mira-Window auf, ne? Wir versuchen es auf jeden Fall. Da war doch gerade einer. So, das ist unser. Hab ich beide aufgemacht? Ich hab beide aufgemacht, ne? Oh, ich bin so ein fucking Gott, Alter. Digga, was macht ihr da schon wieder? Geil, ey. Loll. Wir können schon wieder planten, ne? Ja, mach das. Go plant. Hey. Hey, ist clear. Loll. Kollege, ich komm nicht durch. Wo, Green? Wo? Warum fährt denn das Ding nicht? Ah, sie ist oben. Ab sie ist. Ey, schon wieder genau der gleiche Spot, ey, von dieser Kack. Cavera. Na, hat nicht gereicht? Okay, ich dachte, ich wollte mal zeigen, wie die Shotgun jetzt so ungefähr ist. Aber die hat dann doch nicht gereicht, die Entfernung. Aber WP. Aber die beiden Mira-Windows schön. Klack, klack. Deko mit vier Kills, Alter, was? Oh, 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 oh. Ey, 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 ey. Aber dass die zwei mal nach unten gehen, ist schon ein bisschen YOLO, oder? Vor allem, dass zweimal so gut wie keiner unten verteidigt ist YOLO. Ich nehm Fuse, weil jetzt gehen die nach oben und ich fuse denen richtig das Arschloch voll, ey. Okay. Ich hätte Bock auf Ram. Ich weiß nur nicht genau, was man mit Ram da machen kann. Ich bräuchte nur eine Cam in Lobby, nicht, dass ich dort vom Fenster aus weggebrezelt werde, das wäre muy caliente, wenn jemand dann kurz in meine Cam gehen könnte, wenn ich da wegfuse, ja? Ja. Ja. Du packst deine Cam in Lobby? Ja. Okay. Ich spawne schon mal in, ja, Alley, Alley, passt. Sind nicht oben. Sind schon wieder nicht oben, nein, ey, holz mich doch nicht. Läuft wieder unten, Alter. Nein. Was, nein? Unten. Ich stehe den Ernst, ey. Ja, unten. Ey. Oh mein Gott. Okay, crazy. Ja, was soll ich machen? Dann switche ich wieder auf Grimm und nehme Breaching Chargers mit zum Hedges aufmachen. Ich nehme Ice Guide Lion, Digga. Ich habe diesmal Doke. Und Doke, Jäbing? Oh, geil. Da ist someone in Kitchen. In the kitchen. In the kitchen. Still in the kitchen. Two guys in the kitchen. Pushing to main office. Warte, warte, warte. In a small room, in a small room. In a small room behind the table. Das heißt, der small room, ach so, da. Ich nehme mich hier rein. Ach, da. What the fuck? Was, seid ihr drin? Frost, Frost und Ping in Kitchen. Ich habe noch 6 AP. Wo seid ihr denn? Unter dir. Der liegt hier hinterm Tisch auf dem Boden. Ja, ping, ping, ping. Nochmal. Ping, ping. Liegt auf dem Boden. Der andere ist hier. Ja, habe ich. Habe ich, habe ich, habe ich. Der nächste, der nächste, der nächste. Wo ist der nächste? Calls? Ich habe ausgehauen, den Call. Ach so. Ruf mal an. Ja, ruf mal an. Ruft. Ruft schon an. Ich ruf nochmal an? Ja, gerne. Einer war auf blue. Check hier gerade. Äh, camps sind krägt. LOL! Ich dachte, das wäre unten. Die war da einfach an der Wand. Ich dachte, hä, warum? Welche Wand? Ich höre links, Harte. Warte. Könnte sein, dass jemand über Servers, der es noch pusht, ne? Yes, Daddy. Irgendwer ist noch Richtung Fahrstuhl? Ey, war echt dumm, Alter. Es war so dumm von mir. Fahrstuhl? Mhm. 35. Wo ist der nächste? Man muss nicht runtergehen, eigentlich, ne? Ja, ja. Warte, ich habe noch eine Drohne. Einmal bitte Call geben. A ist gerade clear. A ist clear. Oh fuck. Allerdings ist da eine Rotation. Boche, Hilfe. Der kommt runtergehen. Ich flette. Nein. Nein. In dem anderen. Objective. Ach, da links. Ach, in dem anderen Objective. Ah. Digga, diese Thorn-Scheiße. Schade. Das war... Das war knapp. Also, der Runtersprung runter war gut, aber wir hatten einfach keine Information, wo die Klackos sind, ne? Ob die jetzt doch immer... Ja, wollte ich doch. Das ist ja... Das ist aber nicht. Ja, die Vorladung war noch neben mir. Da kam jemand durch die Rotation. Dass er mich nicht umgebracht hat... Den hat der... Ja, das war... Das er mich nicht geholt hat, war ein Wunder. Aber er war schon im Chaos an Iron Rando. Ich wusste eben nicht, ob jemand Server ist, sonst hätte ich Richtung Server einfach geplantet. Server clear. Ja. Der Call wäre nice gewesen. Du hast nur gesagt, B ist clear. Das reicht ja auch. Hä, nein! Das reicht ja auch. Warum reicht das? Ja, jetzt eine Frage, kann ich Bescheid sagen, dass jeder Raum clear ist, gerade einmal durch. Ich frage halt nach. Ich bin einfach random. Ja, ähm... Rotation ist clear übrigens. Ey, warte... Oh, oh! Wollen wir diesmal auch das machen hier? Was denn? Oh ja, lass das mal machen. Lass mal ausprobieren. Was machen wir? Ich, nee, nee. Wait, 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 wait. Ich, warte mal. Hier, Rotation. Dann oben aufschießen. Und dann kannst du von hier oben, vom Tisch aus, kannst du da rauspieken. Aber soll ich trotzdem zumachen? Nee, das bleibt offen. Okay. Mach doch. Hat jemand ein großes Visier? Nee. Nee. Schade. Okay, dann können wir es sonst auch zumachen. Aber wir können es auch mal probieren. Ja, probier. Mir ist egal, was du willst. Schottie, schottie, modi. Mach doch. Da war gerade der Punkt. Ja, ich halte jetzt erstmal den kleinen Schwanzraum. Okay, ich probiere es mal. Ja, mach. Äh, das machen wir da hin, den machen wir da hin, den machen wir da hin an die Couch ran. Er hat, aber vorne hat doch 1,5er eigentlich, ne? Hatte mal. Okay, Ara Amaru ist tot. Nice, Digger. Das hat funktioniert. Rappet noch einer. Rappet noch einer. War zwar nicht das, was ich wollte, aber... Achso, am Fenster hast du den umgebracht? Ja, ja. Achso, okay. Rappet immer noch. Ja, ich wurde gerade in Lobby gedronet. Deswegen habe ich Angst, da hin zu pushen. Jetzt ist er weg. Digger, David, David Hasselhoff. Pieper. Pieper. Pieper, wo? Weiß ich nicht. Müsste unter mir sein gleich, oder? Ich bin überlegen. Oh, war das? Wer war das? Oh, Asami. Ne, ich meine, ähm... Carly. Carly. Da gehe ich, glaube ich, mal wieder runter vom Tisch. Da mache ich nichts. Ist Carly noch draußen? Klingt auf jeden Fall so. Eier aus Stahl. Ey, wo ist die Shotgun-Meter? Zwei Leute übrigens davor. Na, Maverick. Ich habe nie mal einen Außen-Reppel gesehen. Maverick. Ey. Ah, da ist gesehen. Maverick, ne? Pass auf, ja. Maverick ist da. Die halten den Winkel. Nicht unnötig bieten auf jeden Fall. Egal. Shotgun-Meter noch schön geredet. Nichts. Oh, was der Eger der macht, gefällt mir nicht. Scheiße! Uh-oh. Hast du wieder gepiekt? Hier ist der Hole. Ey, das Timing war wieder richtig... Ey. Da war er nicht mal drauf. Ey, aber ich bin enttäuscht. Extra Shotgun genommen, ne? Um so ein bisschen was zu reißen. Stand... Ich habe zwar nicht gescoped, aber ich dachte, das reicht auch. Nein. Auf größer Entfernung musst du scopen, auf jeden Fall. Ne, ne, der war direkt... Der war vor mir! Ich schieße auf ihn, er ist nicht tot. Dann hat mich die Iana abgeschossen, die den Winkel die ganze Zeit gehalten hat. Also das war echt sehr, sehr random. Ich dachte, der wäre 100%ig weg. Warte mal, jetzt nehme ich mal das 1,5er hier rauf. Unbedingt, ey. So, ich nehme... Den... Gehen wir nochmal nach oben? Wirklich? Ja. Wir können es doch mal probieren mit dem gleichen Spot. Also auch mit dem... Ja, ja. Okay. Ich hatte wieder richtig gutes Timing-Luck. Aber ich bin auch der Meinung, dass die Kali eigentlich nicht drauf war auf mir. Also zumindest nicht so, dass es ein One-Shopter. Kali macht doch eigentlich nur irgendwie auf den Oberkörper One-Shot, oder? Ja, im Notfall wärst du verletzt, ne? Ja, ja, aber hatte ich halt nicht. Und die eigentlich würde ich sagen, wenn die überhaupt jetzt meinen Arm getroffen hat, eigentlich würde ich sagen, dass die vorbeigeschossen hat. Übrigens, das war gerade... Ne. Haben wir nicht 5 gegen 3 verloren jetzt? Ja, ne? Ja. Kann gut sein. Ich glaube schon, ja. Nix gut. So, dann mache ich... Hm. Hier mal was hin. Hier mal was hin. Hä? Oh, mein Schild ist einfach weg. Ja, aber die Kali hörte sich die ganze Zeit so an, als würde sie draußen durch die Fenster schießen, noch auf der Nordseite quasi. Und am Ende war sie im Stock Office. Also komplett die andere Seite. Ich glaube, hier wurden sie gerade zweimal geholt. Oh no. Ich habe noch zwei Go-Go-Dinge. Guck mal, ob Amaru gleich wieder wo reingeeiert. Oder ob Kali direkt ausschießt. ... ... ... ... – Doki? – Ja. – Wo? – Ja, oder was? Kali war draußen, auf der Parkplatzseite. Fuck aus, Alter. Hey, hey. Mont ist tot. Hey! Was? Ey. Ey, ich raffe. Ich raffe diese Waffe nicht, ey. Das war, das war doch... Mindestens acht Täter waren dabei, ey. Nein, nöööö. Ey. Also für mich sah es aus, wie der erste Schuss von dir in die rechte Schulter gegangen und danach daneben. Hm. Digga. Ey, aber, also... Ey, wie neu ist die Kali... Wie mich die Kali geholt hat, Alter. Schon wieder vor allem. Letzte Runde hat sie daneben geschossen eigentlich. Diesmal hat sie mich durch so einen kleinen Pixelpeak durch die, ey... Von unten sogar. Sie hat nicht mal gerappelt. Sie stand auf dem Boden. Alter, diese neue Season, ey. Ich muss erst mal wieder warm werden, ey. Läuft ja nichts bei mir, aber ich bin auch zu geil irgendwie die ganze Zeit irgendwie die Shotgun dann auch... Irgendwie geil zu machen, aber irgendwie funktioniert das auch nicht. Irgendwie funktioniert das auch nicht. Mal Lesion mit dem neuen... Mit den neuen Mechanics. Ey, für mich waren die ersten zwei Runden, waren gut. Und die letzten zwei Runden, jetzt habe ich nie auf die Fresse bekommen. Ja, bei mir sind bisher fünf Runden richtig scheiße. Also niemanden gesehen oder vier Runden. Also wie gesagt, ich bin auch gerade echt davon ausgegangen, dass die Anna tot ist. Was hast du gemacht? Ich glaube, was du zum Autotation gemacht hast. Okay, kann sein, dass die Legion jetzt auch schneller seine Fallen bekommt? Jaja, die sind nicht mehr auf 30 Sekunden, sondern die gehen jetzt auf 20 Sekunden runter. Und... Und auch mehr, glaube ich, ne? Äh, ja, Schaden. Der erste Schaden ist, glaube ich, auch mehr. Und der zweite Schaden, den du dann bekommst, wenn die Nadel drin steckt, der ist auch schon wieder mehr geworden, glaube ich. Aber die haben RAM. Und wie der Kali. So wie es sich angehört hat gerade. Office? Ja, ich glaube, Open Office. Ja, die sind in Office. Okay. Zieh dich zurück. Versuch, mit meinem Silver Scheiße was zu machen. Ah, ich komme runter. Oh, Server sind sie auch. Jetzt ging ja gerade was hoch. Egal. Ich komme rein. Komplett. Boop, 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 boop. Das Ding ist... Okay, Fahrschlöse nicht bei mir vor. Sie können gesehen haben, dass der gerade an der Hedge schille. Hm. Wichtig. Ey. Wichtig. Digga, was ist dieses Timing? Ich kotze, Alter. Wo? Ich glaube, Garage. Warte mal. Ja. Ein Garage? Okay. Ja, ein Garage. Ich hab sie. Server auch noch? Ich muss mal straight drauf, ne. Auf deiner Birne. Oh. Oh. Monty. Am Server. Ja, wir müssen gemeinsam... Warte. Ich reloade. Kannst du sie aufhalten? Rechts auf dem Server, ne? Rechts auf dem Server. Halt mal auf, halt mal auf. Defuse. Ja. Oh. Cool dieses Ding. Okay. Schön gespielt. Aber WP. Das ist einfach defused. Ja, irgendwann müssen wir, weil... Druck, Druck, Druck. Sehr schön. Erste Runde, die bei mir einigermaßen lief. Erste Runde. Spannend war das gerade. Digga, bei mir ist schon wieder nix, Alter. Ich pushe nach unten, genau in der Sekunde, wo ich runterpushen will, pushe einer von denen nach oben. Pfff. Overtime, Digga. Ähm, gehen wir nochmal nach unten? Die einzige Runde, die wir gewonnen haben, ne? Wobei, ne. Daniel, Abfahrt. Mach es nochmal. Boah, was sah aber auch jetzt nicht mega geil aus, muss man dazu sagen. Das war schon wieder ein knappes Ding, ey. Ja. Ah, ich glaube, ich versuche mal Kapkan, ey. Vielleicht kriege ich ja irgendwie so einen Gratis-Kill. Aber die drohen schon wirklich gut, ne? Scheiße, ey. Oh, Tachanka ist auch richtig gut, ey. Ich hoffe, mit der... bei der Kite-Pumpgun kann ich auch von irgendeinem Pumpgun-Buff, äh... Oh, shit. Profitieren jetzt. Ich habe aus Versehen die Kapkan-Shotgun, aber ohne Mist. Ist ja gar nicht so scheiße. Ja, es geht schlimmer. Hier ist alles. Haben wir die Hedge zugemacht in Square? Digga, Dreier-Trap. High-Risk, High-Reward, Muchachos. High-Risk, High-Reward. Äh, machen wir das Tür-Ding noch zu? Nee, ne? Okay, da ist auch zu. Warte mal, mach ich auch ab. Ich würde die Hedge hier aber schon aufmachen, ne? Na, dann... Abwart. Chill erstmal in Archives. Oh, Digga, was ist denn los mit denen? Einer schon einen Server, außer einen Server. Außer einen Monty, einen Server. Digga! Ey, ich gebe ihm einen Schuss mit dieser Kite-Pump. Ich, ey, Digga, ich, nee. Ja, ey, das... Hier rappelt, äh, wo rappelt denn einer hier? Äh, in, 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 Digga, was? Ja, in Garage. Über mir was, auf jeden Fall. Muss ich aufpassen. Du bist genentdeckt, hä? Ach, diese... ...kamera, ey. Digga, wo ist der Typ? Irgendwas Skylight auf jeden Fall, ey. Oben Skylight, Alter. Ja, ne? Ja. Schatten gesehen. Rechts neben den ganzen Schatten sehen. Oh. Die sind tot. Ja! Sind beide bei euch? Einen habe ich. Warte mal, keine Ahnung. Monty höre ich auf jeden Fall. Wo? Wo? Ah, hier. Square. Square Switch. Haben wir, Leute, haben wir. Twitch-Server, Blue Stairs. Okay, Playtime, Playtime. Geil, Alter. Soll ich nicht pushen? Don't push, don't push. Playtime. Oh. Ach, das ist doch... Die Katarosse, Alter, gar nicht sagen. Nee, nee, alles gut. Chill, 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 chill. Wir sagen, wenn er reingeht, wir haben die Cam. We got the Cam. Nice, nice, nice. Er stirbt auch gleich. Not peaking. Könnt ihr den auch direkt markieren, wo er sitzt? Ja. Ja. Okay. Sagt mal gleich, ob Ecke oder Tisch. Er ist drin. Corner, corner. Ecke oder Tisch? Ja, hier, hier, hier. Hier ist er jetzt. Okay, Nath. Ich wollte nicht redpingen, weißt du? Aber der andere hat wahrscheinlich hier wieder gerade rausgehauen, oder? Ja. Der redping war nicht. Da kam der redping noch. Ach, du warst das. Das war ich am Ende, ja. Okay. Okay. Okay, jetzt können wir das Eisgalt hinkriegen, ey. Digga, Deko, die ersten zwei Runden liefen, ne? Ja, danach nichts mehr. Ich habe auch gerade einen Header bekommen, aber ich würde sagen, er war gar nicht drauf. Das war wieder so ein Ding, so, eigentlich war er schon wieder um die Ecke. Ja. Kugel ist um die Ecke geflogen. Äh, ich nehme mir nochmal Doka. Und vor allem habe ich halt keinen Header getroffen, ne? Es war nur sein Kopf, der rausgeguckt hat. Ich habe ihn getroffen, 50% Schaden gemacht, aber es war halt kein Kill. Digga, soll ich Ram überhaupt nehmen? Brauchen wir Ram? Eigentlich wäre irgendwas gut fürs Team, ne? Ich switch gleich nochmal rüber. Gleich. Adoka haben wir schon. Mal gucken, wenn sie vielleicht in der Küche sind, äh, in Open Area. Da werden sie niemals hingehen, ey. Aber ja, das... Never. Aber wer lustig, wenn schon. Wäre lustig, ja. Und sie sind... Leider nicht dort. Oben sind sie, glaube ich, nicht. Schade. Nope. Dann würde ich wieder Twitch nehmen. Das hat mit Twitch eigentlich gut funktioniert, die Scheiße aufzureißen. Würde ich aber diesmal... F2 nehmen. Oder Scheiße auf, DMR, Digga. Obwohl... Hm... Ne, F2. High Risk, High Reward, Leute. Wecky, Lesion sind jetzt oben. Boah, ich habe richtig Angst in meiner Hose, ey. Sind komplett oben, oder? Wo seid ihr? Oh, in den Basement. In den Kitchen. Open Area. Ja. So, oder was? Ja, beide raus jetzt. Wenn ihr einen Anruf braucht, dann müsst ihr hier callen. Open Area, clear. Okay, ich vertau dir. Valkyrie in front of the Open Area, Elevator. Ich gehe wieder von Parking. Da ist die Kugel Oma. Äh, die Dings hier. Jo. Session. Good job. Good job. There's another one, ne? Kitchen is clear. Wie mit den Eilbällchen. Oh, ist noch einer? Äh, Lobby, Lobby. Ich call mal. Okay, einer habe ich. Ja, call. Ah! Oh, sorry. Nein. Ich höre dich. Hast du angerufen? Ja. Ich habe auch nur ein Telefon von da gehört. und habe mich hingeguckt und dann auf einmal, boop. Da war kein Telefon. Okay, willst du nochmal anrufen? Bei mir hat sich da aber, ich schwöre, ich habe da was gehört. Willst du nochmal anrufen? Hast du? Hab ich. Links. Amira-Fenster. Mira-Fenster mache ich auf, ja? Warte mal. Ich habe noch ein Kerl. Achso, ist auf. Wie? Wo, wo, auf A ist niemand. Warte, ich gehe jetzt Server. Fall. 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 Bauf Server. Die Server-Stairs. Einer ist hinten. Server-Stairs, hat er gesagt. Server-Stairs, hat er gesagt. Oh Gott. Okay. Beide. Einer ist oben. Server-Hedge. Server-Hedge. Vision-Server-Hedge. Ey. Na. Der war Tresor. Gold. Gold. Sehr schön. Ja, hielt dich, Digga. Hielt dich hoch. Warte, er ist direkt hier. Direkt hier. Er ist direkt hier. Nugi, er ist direkt hier. Er ist Server-Survey. Ja. Daddy. Ich küsse dich, Nugi. Ich küsse dich, ey. Guter Call, ey. Alter. Die erste Runde war jetzt aber wirklich mehr Schwanz als Kranz, ey. Eieieiei. Nach zwei Runden. Alter Schwede, ey. Ich hätte fast geküttelt, als Nugi mich geteam-Gütert. Ey, es tut mir so leid, ich habe angerufen. Ey, es war halt niemand da, ne? Ich habe aber auch nur von dort ein Telefon. Und ich war in dem kleinen Raum, Alter. Wie soll da ein Gegner reinkommen? Weiß ich nicht. Vielleicht hast du dich auf den Tisch versteckt oder so. Ich habe so einen Call gehört von da und dann drehe ich mich nach rechts auf. Und dann bewegt sich da mal. Ich so, Bama. Ja, ich habe die Hedge gebreached. Wahrscheinlich kam von der Hedge, dann das Telefon. Ja, dann von, denke ich so. Vielleicht tut mir leid, aber wir haben das Glück gewonnen. Ja, war eine geile Runde für mich. Digga, bei mir war sie auch eher so sehnlich, aber... Gut, ich würde sagen, wir starten mal richtig Lash in die neue Season. Hashtag GG Nugi in die Kommentare, wuchachos. Daumen nach oben, schmettert, Beschreibung auschecken. Bis zum Reinhauen. Ich habe sogar einen verpägt mit Call of You. Bye, bye. Digga, ein durchs Unverdient des Todes, ey. Ciao.